Hallo Leute, ich bin der Niemecker. Ich wollte euch nur ein schönes Silvester wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2010. Heute ist Silvester, der 31. Dezember. Das schneit ja wie verrückt, der Niemeck. Wie wird das Wetter? Seht ihr ja, das schneit und nicht zu wenig. Freut ihr euch schon auf das neue Album? Ich mach nur eine kleine Stadtrundfahrt hier durch Niemeck, besser gesagt durch das Dorf. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Bis dann, tschüss.